Klassisch das Kipfel. So, fangen wir mal an, kürzlichen an. Jetzt der Kopf im Leerschnitt, gemessen, und länger, reißen. So, jetzt geht's weiter auf. Aufgebrechen, gemessen, reißen. So, jetzt die Blase, das tolle hier, das ist schwarze Loch. Die Blase, die stücken ja schon Hochwasser, die Nieren zinsieren lassen. Und jetzt haben wir die Blase auch gefüllt, das zeigt, dass wir gleichzeitig auch die Nieren funktionieren. 700 Gramm, 100 Gramm. Haben wir schon gesehen, dass es wird? Nee, wäre das auch nicht. Soll ich mal gucken, ob man noch etwas erkennen kann? Wir haben beide Füßchen. So, es werden keine Füße. Ja, das ist wunderbar alles, ne? Alles ist auch nicht okay dabei. Mit mir Händchen. Man soll die Fingerschmerzen? Mhm. Ja, da bin ich total zufrieden. Okay. Das war mal schön, ne? Mhm. Gut, jetzt machen wir noch eins. Und jetzt so Meer. Also, dann wird es auch ein bisschen 있나. Absolut? Ja. '.